Mein Vater hatte einen Traum. Einmal im Leben zum Kilimandscharo. Gemeinsam wollten wir aufbrechen, doch dazu kam es nie. Zehn Jahre nach seinem Tod will ich mir diesen Wunsch mit meinem Sohn erfüllen. Denn Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Absolutes Schneckentempo. Aber schneller geht einfach nicht. Zusammen haben wir Abenteuer erlebt. Und wir haben erfahren, nichts ist wichtiger als das gemeinsame Erleben. Wir haben uns fremden Welten geöffnet. Haben uns treiben lassen. Und die Magie Afrikas gespürt. Wunderbare Menschen waren unsere Begleiter. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Papa. Ob er das schafft. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll, wenn er nicht mehr weiter kann. Schaffen wir, ne? Wir haben unsere Grenzen erfahren. Doch unsere Neugier war größer als unsere Angst. Wir sind gleich verabschiedbar als unsere Ahnung. Wir sind nicht thực! Untertitelung des ZDF, 2020